Hier kommt unser Bannier. Bannier ist ein Galgo Grey Mix. Der Grey ist nicht zu übersehen. Er ist ein großer, wunderschöner, kräftiger Rüde. Schulterhöhe ca. 72 cm und ca. 30 kg. Er ist kastriert, deshalb hat er hier seinen Trichter auf. Das Mäntelchen hat er an, weil es hier nachts noch sehr, sehr kalt ist. Wir haben heute den ersten trockenen Tag seit 5 Tagen. Bannier sollte zu windhunderfahrenen Menschen, dadurch, dass er sehr groß und kräftig ist, sollte er auch zu Menschen, die ihn halten. Ob er zu Katzen kann, das müssen wir testen. Das können wir so jetzt nicht sagen. Bannier ist zu uns Menschen sehr, sehr freundlich. Er bettelt um jede Aufmerksamkeit. Er lebt jetzt hier mit einem Rügel und zwei weiteren Mädchen zusammen. Sehr, sehr freundlich. Für ihn suchen wir ein Zuhause. Er ist ausreisefertig.